Liebe Geschwister, ich möchte heute etwas lesen aus einer alten Betrachtung, besser gesagt aus einem Mitschnitt, einer Wortbetrachtung über einen Maskilmpsalm, den Maskilmpsalm Nummer 45. Die Maskilmpsalmen sind eine Reihe von 13 Psalmen, wo die Entwicklung eines Gläubigen gesehen werden kann. Selbstverständlich ist die erste Bedeutung das Volk Israel, aber wir können, wie wir jetzt dann sehen, sicher auch viele herrliche Anwendungen an uns, für uns errettete Christen machen. Ich lese ihn zuerst, Psalm 45. Eine Holzseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen, darum hat Gott dich gesegnet ewiglich. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held, deine Pracht und deine Majestät. Und in deiner Majestät ziehe glücklich hin um der Wahrheit willen und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Und furchtbar, es wird dich lehren, deine Rechte. Deine Pfeile sind scharf, Völker fallen unter dir, im Herzen der Feinde des Königs. Dein Thron, O Gott, ist immer und ewiglich ein Zepter der Aufrichtigkeit, ist das Zepter deines Reiches. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Genossen. Mürren und Aloe, Kassia sind alle deine Kleider, aus Palästen von Elfenbein, erfreut dich Seitenspiel. Königstöchter sind unter deinen Herrlichen, die Königin steht zu deiner Rechten in Gold von O4. Höre, Tochter, und zieh und neige dein Ohr und vergiss deines Volkes und deines Vaters Hauses. Und der König wird deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihm. Und die Tochter Tyrus, die Reichen des Volkes, werden deine Gunst suchen mit Geschenken. Ganz herrlich ist des Königs Tochter drinnen, von Goldwirkerei ihr Gewand. In bunt gewirkten Kleidern wird sie zum König geführt werden. Jungfrauen hinter ihr her, ihre Gefährtinnen werden zu dir gebracht werden. Sie werden geführt werden unter Freude und Jubel. Sie werden einziehen in den Palast. An deiner Väterstadt werden deine Söhne sein. Zu Fürsten wirst du sie einsetzen im ganzen Lande. Ich will deines Namens gedenken lassen. Alle Geschlechter hindurch. Darum werden die Völker dich preisen. Immer und ewiglich. Wir betrachteten die Maskilm-Psalmen, die Psalmen der Unterweisung, deren erster Psalm, Psalm 32, ist. Er spricht von der Glückseligkeit der Vergebung, vom gerechtfertigten Menschen und stellt die Erkenntnis Gottes dar, wie sie unter den Verhältnissen des neuen Bundes gekannt werden wird. Da wir Gott erkannt in Vergebung und Rechtfertigung und ferner als Befreier, Leiter und die Freude seines Volkes. Dies alles ist gerade, was uns in dem Evangelium gebracht wird, nämlich die dem neuen Bunde gemäss Erkenntnis Gottes, die der Seele aufgrund der Buße zugute kommt. Der nächste Psalm ist Psalm 42. Dieser und der 43. gehören zusammen. Psalm 43 hat keine Überschrift. Doch wenn wir beide Psalmen lesen, erkennen wir, dass sie einen Gedankengang haben. Sie sind in Wahrheit Teile eines Psalms. In ihnen vertieft Gott durch die persönliche Übung sein Werk in den Seelen seines Volkes, sodass sie, anstatt lediglich mit dem zu gehen, was öffentlich Gang und Gäbe ist, dahin kommen, persönlich ein wirkliches Seelenband mit Gott zu haben. Man kann mit dem, was unter dem Volke Gottes allgemein Brauch ist, gehen, sich mit ihnen an dem freuen, was zu genießen, das heißt nach Psalm 42 mit einer Schar einherziehen. Doch Gott möchte uns etwas mehr geben. Es ist ganz schön, mit der Menge zu wandeln, zumal zum Hause Gottes. Doch dessen können wir beraubt werden. Und deshalb wünscht Gott in unseren Seelen etwas zu gestalten, was uns nicht genommen werden kann, und dies durch eine gewisse persönliche Prüfung, sodass wir auch nach der Beraubung unseres äußerlichen Vorrechts Freude in ihm haben. Der Mann im Psalm 42 wird dahin geführt, ein tief inneres Verlangen nach Gott zu haben. Er ist dessen geraubt worden, was er in der Volksmenge genoss. Nun hat er ein inniges Verlangen, etwas derartiges zu besitzen, was seine Seele bewahren kann. Im Psalm 43 wird angedeutet, wie das erreicht wird. Sende dein Licht und deine Wahrheit. So sollen mich leiten, mich bringen, zu deinem heiligen Berge, zu deiner Wohnung. So werde ich kommen zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Jubelfreude ist. Dieser Mann hat die Wahrheit des 32. Psalms in vertiefter Weise. Gott ist weit mehr und persönlicher seine Freude geworden als da, wo er zuerst das Evangelium hörte. Nur eine tiefe Übung kann den 43. Psalm bei uns hervorbringen. Eine tiefe Übung, sowohl, sowie das Werk des Geistes. Getrennt vom Geiste gibt es kein tiefes Dürsten nach Gott. Wir haben alle kennengelernt, was es heißt, mit dem Volke Gottes zu sein. Unseren Platz in den Versammlungen einzunehmen und deren Freude zu teilen. Wir haben uns mit der feiernden Menge gefreut. Doch in den Wegen Gottes können wir das verlieren. Und dann haben wir zu lernen, was der Jordan ist, was der Berg Hermon und der Berg Mitzar sind. Es kann Elend und Drangsal über uns kommen. All das, was uns klein macht und uns empfinden lässt, wie wenig wir Gott in unseren Seelen gekannt haben. Es ist das, was jemand empfinden mag, wenn er sich im Gefängnis befindet. Viele von uns haben Seelenunruhe kennengelernt, als sie in Umständen kamen, die uns demütigen. Es gibt keinen noch so jungen Gläubigen hineden, der nicht in Berührung damit gekommen wäre. Doch Gottes Gegenstand ist, uns all diese Gnade der frohen Botschaft in einer tieferen Weise zuteil werden zu lassen. Der Psalmist sagt, Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten. Vers 3 Es ist eine Sache, von den Brüdern geleitet zu werden. Aber eine ganz andere, durch Gottes Licht und Wahrheit geleitet zu werden. Welch ein vertieftes Werk ist es, wenn Gott sein Licht und seine Wahrheit ausendet und sie uns leiten. Dann haben wir etwas, was nicht versagt und kommen zur Wohnung Gottes und zu seinem Altar. Wir werden dann nicht mehr von der Menge geleitet, sondern gelangen durch unsere eigene, persönliche Erfahrung zu Gott, unserer Jubelfreude. Es geht uns wie einem Schulknaben, der die Ferien über nach Hause geht. Es muss ein Augenblick in unseren Seelen kommen, wo wir fühlen, dass das Wandeln mit der Menge nicht genügt. Die Seele hat dann ein inniges Verlangen nach Gott. Sie fühlt, dass sie ihn zu ihrer eigenen Befriedigung haben muss. Man fühlt, dass bloße Wandeln in Gemeinschaft und Liebe, so lieblich dies ist, einen nicht befriedigt. Die Güte Gottes bringt uns dahin, welch eine Quelle der Kraft unter den Brüdern ist ein Bruder oder eine Schwester, die dahin gekommen ist. Gottes Licht und Wahrheit sind in jene Seele gekommen und sie hat sich aus eigener Übung zur Wohnstätte Gottes begeben und hat Gott als die Quelle ihrer Jubelfreude gefunden. Das ist eine beständige Kraft, die du nicht verlieren kannst. Sie bleibt dir im Gefängnis, wenn du von den Brüdern getrennt oder krank oder da niederliegst. Wenn du so gelernt hast, kann dir nicht genommen werden. Im Psalm 44 haben wir eine andere Unterweisung. Die Seele kann sagen, wir haben das Wunderbare gehört, das Gott vor Alters für sein Volk getan hat. Und jetzt tut er nichts dergleichen. Welch eine Übung. Unter Joshua war einst alles Sieg. Nun aber heißt es in Vers 9 bis 13 Doch du hast uns verworfen. Du machtest uns zum Hohn unserer Nachbarn, zum Spott und Schimpf denen, die uns umgeben. Damit hat der Psalmist das ganze Volk Gottes vor sich. Unter derartigen Übungen lernt die Seele, dem Bunde treu zu sein. Vers 17 Obwohl wir in ein anderes Verhältnis leben, ist es in den Tagen der Versammlung fast genauso. Dieser Psalm enthält eine Versammlungsübung. Wir leben nicht in Tagen, wo nichts von dem Volke Gottes standhalten kann. Jetzt ist ein Tag der Schmach und Verachtung. Wie zur Zeit Nehemiahs, wo sie sagten, wenn ein Fuchs hinaufstiege, so würde er ihre steinernen Mauern auseinanderreißen. Nehemiah 4, Vers 3 Die Israeliten waren Gegenstände des Gelächters. Und das ist unser Teil heutzutage. Wir haben das zu lernen und ich bezweifle, dass einer, der das nicht gelernt hat, für Gott eintreten kann. Was tun wir in Zeiten der Schmach? Vers 17 und 18 sagt uns Dieses alles ist über uns gekommen, doch wir haben deiner nicht vergessen, noch betrüglich gehandelt wieder deinem Bund. Unser Herz ist nicht zurückgewichen, noch sind unsere Schritte abgebogen von deinem Pfade. Das liegt uns selbst in Tagen der Schmach ob. Gott zeichnet uns nicht öffentlich aus. Doch wir fahren fort, seiner zu gedenken, im Brotbrechen und in Treue. Wir geben nicht auf, was mit dem Zeugnis des Herrn zu tun hat. Wir haben die besondere Übung von 2. Timotheus. nicht nur die alltägliche. In Römer 8 haben wir die gewöhnlichen Leiden eines Christen. Jetzt haben wir nach dem 2. Timotheus Brief die außergewöhnlichen Leiden der letzten Tage. Wir haben unter der öffentlichen Schmach des christlichen Bekenntnisses zu leiden und dazu noch die besondere der Treuen auf uns zu nehmen. Sind wir bereit unbeirrt durch Schmach und Verachtung unserem Pfad weiterhin zu wandeln? Was gewinnen wir dadurch? Das Bewusstsein, dass uns nichts von der Liebe Christi scheidet. Und wenn wir das haben, sind wir für den Psalm 45 zubereitet. Wir müssen für einen Pfad öffentlicher Schmach zubereitet werden. Manche wenden da ein, es geschieht heute Wunderbares. Wir hatten an unseren Orten 1000 Bekehrte weshalb gehst du nicht mit uns. Andere sagen wir können Kranker heilen, mit Zungen reden, wir haben alles wie am Anfang. Mit alledem verbindet man aber Menschen Verherrlichung. Wenn du so etwas begehrst, fällst du in die Hände Satans. wir haben Schmach zu tragen. Paulus im Gefängnis ist ein Vorbild von dem Platze des Zeugnisses heutzutage. Ein Evangelist sagte mir einmal, wir sollten in den herrlichsten Gebäuden des Landes predigen. Ich antwortete, nach der Schrift sollte ich eher erwarten, den Evangelisten im Kreis Gefängnis eingeschlossen zu sehen. Das Zeugnis hat immer Schmach zu leiden gehabt. Doch heute betrachtet man die Sachlage anders. In den Tagen der Apostel war die ganze Kraft der zukünftigen Welt vorhanden. Wir haben keine Apostel, die umhergehen und Wunder wirken, so dass die Welt dadurch gleichsam umgekehrt würde. Heute haben wir nichts dem ähnliches. Wenn die Brüder ohne eine Trennung untereinander weiter bestanden hätten, so würde es keine Schmach gegeben haben. Aber die Geschichte der göttlichen Bewegung in der Versammlung und wie diese sich auswirken, hat uns Schmach eingetragen. Die Leute sagten, ihr habt euch alle gegeneinander abgeschlossen. Keiner weiß, wie viele Parteien nun bestehen. Wir sind Gegenstände des Gelächters. Sind wir jedoch bereit, mit dem Bund und dem Gedanken des Herrn weiter zu wandeln und uns nicht zurück zu wenden. Auf diesem Wege würden dann unsere Herzen voll von Christus sein. Derartiges ist heute treuen Männern anvertraut. Auch Schwestern sind darin, wie ich glaube, mit eingeschlossen. Das Herz keines anderen könnte voll von Christus sein. Wir sangen vorhin das Lied Unser Herz ist voll von Christus. Ist das so oder begehen wir das wirklich? Ich kann das im Sinne eines Gebetes singen, wie auch viele anderen Lieder, mit dem innigen Verlangen in dieser Wahrheit zu stehen. Lieder geben die Richtung an, die unser Verlangen einschlagen kann. Sie gleichen dem beständigen Geleisen, auf denen sich ein Zug bewegt. Das Begehren und die Zuneigung der Heiligen können sie ihnen gemäß vorwärts bewegen. Psalm 45 ist wohl im gewissen Sinne der Mittelpunkt und die Krone der Maskilm Psalmen, weil er uns zeigt, dass Gott bei seinem Volke ein derart glückseliges Ziel erreichen kann, dass ihre Herzen zu seinem Wohlgefallen voll von Christa und dem sind, was in Beziehung zu ihm steht. Nichts könnte gesegnet sein. Dieser Psalm redet von Christo, wie er öffentlich in der zukünftigen Welt gekannt werden wird. Und das erfüllt die Herzen der Heiligen, noch ehe diese Zeit gekommen ist. Bevor wir in der zukünftigen Welt sind, ist diese in uns. Hebräer 2, Vers 5 sagt, heisst es, den zukünftigen Erdkreis, von dem wir reden, darin bezieht sich das wir auf alle Christen. Wovon könnten wir sonst reden als von der zukünftigen Welt? Was haben wir denn über diese Welt zu sagen? Nur dass kein Raum für Christum in ihr ist. Wir reden von der zukünftigen Welt, weil Gott und Christus in ihr überhaupt erhaben sein werden und Gott und sein Gesalter uns dies schon geworden sind. Anstatt zu dürsten wie im Psalm 42 2 wallen unsere Herzen auf und fließen über. Wer spricht im Psalm 45? Das führt zu etwas sehr lehrreichem. Der Redende ist offenbar nicht Gott. Es handelt sich hier nicht darum, dass Gott über Christum redet. In dem Evangelium redet Gott über Christum. Hier aber ist es das Herz und die Zunge eines Menschen. Hier redet ein Mensch über Christus und dieser Mensch kann jeder von uns sein, der unter der Macht der Liebe Christi steht. Die Entschädigung für die Erfahrung von Psalm 44 ist, dass wir unsere Untrennbarkeit von der Liebe Christi kennenlernen. Und wenn wir derart entschädigt worden sind, können wir ein Lied machen. Es heißt, ich sage meine Gedichte dem Könige. Ist es dir noch nicht aufgefallen, dass du ein Lied über Christus machen kannst, das seit den Tagen der Pfingsten nie gemacht worden ist? Es ist etwas Großes, die Stellung von Lilien zu haben. Shoshanim in der Überschrift des Psalmes heißt Lilien. Die Lilie ist in der Schrift ein Bild des besonderen Platzes, den die Heiligen der gegenwärtigen Zeit haben. Der Herr sagt in Heuliet 3, Vers 2, wie eine Lilie inmitten der Dornen. So ist meine Freundin inmitten der Töchter. Das ist unsere Stellung heutzutage. Du sagst vielleicht, ich weiß genug über Dornen, die mich stechen und zerfleischen. Hier aber sollen die Dornen die Eigenart der Lilien in ein besonderes Licht stellen. Wie sehr fällt eine Lilie unter Dornen auf. In einem Lilienbeet sind alle einander gleich. Doch der Gegensatz macht auffallend. Etwas ähnliches tritt uns in Philipper 2 15 entgegen. Auf das ihr tadellos und lauter seid unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Das zeigt den Unterschied die Wertschätzung Christi. Bringt ihn zustande sie hat mich zu einer Lilie gemacht wenn ich eine bin. Eine Lilie stellt Reinheit dar. Eine Reinheit die Christum vor sich hat und sagt mein Herz von Christum ganz erfüllt verlangt ihn völlig kund zu tun das tut in diesem Psalm die Seele des Psalmisten wie wunderbar so frei zu sein sagen zu können meine Zunge sei der Griffel eines fertigen Schreibers das Herz erfasst vieles und kann da es Christum schätzt der Art von ihm reden wie er in der zukünftigen Welt gekannt werden wird der Hebräer Brief hat es mit der zukünftigen Welt zu tun die Schönheit und zierten Christi die in der zukünftigen Welt gekannt werden kennen die Herzen der Heiligen schon jetzt hier sehen wir wie Gott uns in dem unterweist was ihm selbst höchst kostbar ist uns einen Begriff von Christo zu geben bereitet ihm mehr Freude als irgendeine andere Gabe er erfüllt die Seele mit Gedanken über Christum und lehrt uns Vergleiche anzustellen er lehrt uns die unermessliche Überlegenheit Christi über die Söhne der Menschen erkennen und das haben wir zu lernen es handelt sich nicht darum dass er den Söhnen Biliales überlegen ist sondern Männern wie Henoch Abraham Josef Mose David das bezieht sich auf solche die Schönheit Gott gegenüber besitzen von Mose heißt es in Apostel Geschichte 27 dass er schön für Gott war und das waren Gott alle anderen Heiligen doch dieser eine hier ist schöner als die Söhne der Menschen Vers 2 das besagt dass wir in einem Heiligen sehen gehört zwar derselben Ordnung an wird aber von Christo unendlich übertroffen in den Söhnen der Menschen kommt ein geistlicher Zug vor uns doch im besten Falle nur drübe ihn umgibt gleichsam ein Nebel in Christo jedoch sind alle diese Züge in ungetrübter Vollkommenheit vorhanden so dass er schöner ist als Menschen Söhne diesen Platz hat er nur nun in dem Herzen da übertrifft er einen jeden in diesem Psalmen sehen wir wie er sogar seine Genossen übertrifft und deshalb mehr mit Freudenöl gesalbt wird als sie je mehr wir seine Züge in den Heiligen sehen desto mehr können wir das Übermaß in Christo schätzen Alles Schöne kam von Christo wenn ich einen schönen Zug in einem Heiligen sehe so führt mich das wenn es mein Herz in rechter Weise berührt zur Quelle zu dem einen in dem dieser und jeder andere Zug ohne einen Makel gesehen wird es handelt sich hier um keinen Vergleich mit den verderbten Söhnen der Menschen sondern mit denen die Schönheit von Gott besitzen und göttlich unterwiesen geben wir ihm jenen Platz jenen überragenden Platz die Freude im Hohen Liede sagt in Kapitel 5 Vers 10 dass ihr Geliebter ausgezeichnet vor Zehntausenden ist dem gegenüber verschwindet selbst die Heiligen keiner der Söhne der Menschen könnte ganz und gar lieblich sein doch er ist das Vers 16 und er hat in allem den Vorrang das sehen wir auf dem heiligen Berg so Petrus 1 Vers 18 da hatten wir keine zwei bösen Menschen zu erscheinen sondern Mose und Elia Petrus lernte das und so konnte er als der Herr die Frage stellte ihr aber was sagt ihr dass ich sei sie beantworten andere hätten gesagt Johannes der Täufer Elia Jeremia oder einer der Propheten das waren alles Männer die schön vor Gott waren doch er war schöner und so sagt Petrus du bist der Christus der Sohn des lebendigen Gottes Matthäus 16 Vers 14 bis 16 er übertraf sie alle bei weitem die Braut im hohen Liede sagt das ist mein geliebter Kapitel 5 Vers 16 Welch eine Freude für Gott wenn Gedanken wie diese über seinen Geliebten einen wahrhaftigen Ausdruck durch eines von unseren Herzen findet dieser Psalm ist ein Lied über den Geliebten es werden darin nicht nur seine siedliche Vollkommenheiten anerkannt sondern er ist der Geliebte unserer Herzen geworden er ist unseren Herzen das geworden was er Gott ist er ist Gottes Geliebter sowie der unsere in welch inniger Zuneigung sind wir mit Gott und dem Geliebten verbunden bis dahin hatten wir in unserem Psalm das Gefäß alles in dieser Welt was göttliche Schönheit und Adellosigkeit in den Augen Gottes besitzt übertrifft und übersteigt es und setzt es beiseite ich war gewohnt in diesem Vers einen Hinweis auf den natürlichen Menschen zu sehen doch es hat mir geholfen als ich sah dass alles was schön vor Gott war in diesem einen übertroffen und verklärt ist nun sagt Gott gleichsehsam dies ist das Gefäß das ich mit meiner Gnade erfüllen werde damit er sie über euch gegenüber zum Ausdruck bringe Holzseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen Vers 2 zuerst sehen wir das Gefäß als das was er persönlich ist und dann die über seine Lippen ausgegossene Holzseligkeit in jenem vollkommenen finden wir alle kostbaren Gedanken Gottes dem Menschen gegenüber ihren Ausdruck alles war in diesem Gefäß enthalten damit es zu dir und zu mir aus fließe das haben wir im Evangelium des Lukas dort wird er als das Gefäß nicht als die Quelle angesehen da sehen wir das Gefäß und so dann was hineingetan ward und damit steht das Wohlgefallen Gottes an ihm in Verbindung in Sprüche 8 sagt die Weisheit der Pflegling der Liebe Gottes ich war Tag für Tag seine Wonne doch in wie fern als vor ihm mich ergötzend auf dem bewohnten Teile seiner Erde und meine Wonne war bei den Menschen Kinder Versen 30 und 31 Gottes Wonne an ihm steht in Verbindung mit der Tatsache dass Gott in ihm alle seine Gedanken der Gnade gegen die Menschen zum Ausdruck gebracht hat so geschah es bei seiner Taufe als der Herr seinen Platz unter den Buß fertigen Überrest einnahm zu dieser Zeit öffnete Gott die Himmel um zu sagen dieser ist mein geliebter Sohn an dem ich wohlgefallen gefunden habe Matthäus 3 Vers 17 So wie er seinen Platz unter den Menschen einnahm finde Gott sein Wohlgefallen an dem Gefäß seiner unendlichen Gedanken der Gnade Gott möchte unsere Herzen mit Gedanken über Christus füllen Denken wir an die Gedanken im Evangelium Lukas in den Kapitel 4 5 7 14 15 16 und 23 Da haben wir eine wahre Hochflut des Herzens Gottes dem Ausdruck der Gnade des Himmels in Christum Öffentlich wird dies in der zukünftigen Welt gekannt werden und Wunder der Wunder wir kennen es jetzt Da um hat Gott dich gesegnet ewiglich heißt es dann im Vers 2 er hat ihn auf immer da gesegnet das führt uns zu der neuen Stellung in der jetzt gefunden wird all die Gnade Deren Deren ihm als in dem demütigen Menschen an Gnade zum Ausdruck kam sehen wir in ihm den verherrlichten Menschen als als in psalm 45 alles in psalm 45 hat Christum zum Mittelpunkt ist von ihm erfüllt und das ist die wahre Frucht geistlicher Freiheit wenn ich die Lehre vom psalm 42 43 44 in mich aufgenommen habe so werden werde ich in diesem Seelenzustande sein wenn aber nicht so sollte ich darum bitten wir können dies mit keiner Ungewissheit im Herzen tun denn Gottes Absicht ist es dass wir das haben er hat uns im Blick hierauf göttlich belehrt in der zukünftigen Welt führt Gott öffentlich gemäß Vers 4 Wahrheit Sanftmut und Gerechtigkeit ein und wo das nicht durch göttliche Unterweisung zustande kommt wird er dies in göttlicher Kraft tun das Schwert und die Pfeile von Vers 3 bis 5 greifen da ein damit die Segnungen der Wahrheit Sanftmut und Gerechtigkeit die Erde erfüllen diese Eigenschaften jedoch sind schon jetzt in den Herzen der Heiligen gekommen wenn Wahrheit Sanftmut und Gerechtigkeit einen Platz in mir haben so ist die zukünftige Welt in mir obwohl ich noch nicht in ihr bin Psalm 45 entspricht dem gewissen Sinne dem Hebräerbrief was die zukünftige Welt erleuchtet ist die Herrlichkeit Christi weiter dann im nächsten Video Video